Oh, da mag uns Wargaming aber gerade überhaupt nicht. Okay, das ist gemein. Allerdings. Ja, also ich kann vier Gegner abschlachten. Der Rest ist Tier 2. Wieso haben die eigentlich so viele Tier 2er und wir so wenig? Naja, dafür haben wir die Tier 18. Ich fahre über die 9 und halte mich schön zurück. Und wir haben die eigentlich bessere Artie. Die Tier 2 deutsche Artie trifft gar nichts. Hier zwei deutsche Artie ist für Achtergefechte sehr schön, aber nicht für Zweier. Zodiac, den Stream morgen wird es garantiert nicht auf YouTube geben. Das wäre einfach ein zu sehr großes Gespamme. Den vom nächsten Mittwoch oder von diesem Freitag wird es dann nochmal auf YouTube geben. Aber keine Sorge, ihr verpasst nichts, denn die amerikanischen Schlachtschiffe werde ich natürlich auch alle vorstellen in Videos. Also einfach auf meinem Kanal bleiben und dann auch dementsprechend die amerikanischen Schlachtschiffe in den Videos genießen. Ach, warum das? Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Nein, kein One-Shot? Ich hab colt dabei. Komplett. So. Voll weg, Setup. Oh, ich hab was angezündet. Der Syrvalen ist schon tot. Ging ja gut. Ich hab was angezündet. Na. Äh. Ja, ich bin jetzt nicht mehr so ganz auf dem Dampfer. Naja. Ich bin jetzt heute schon den ganzen Tag so ein bisschen schlecht. Tja, morgen kommen aber die amerikanischen Schlachtschiffe, da bist du dann wieder da. Ich bin gleich da, Keks. Ich bin gleich da. Du blöder T18, du wirst mich nicht holen. Ach. Meine Güte. So, weiter fahr ich aber nicht. Das ist mir von oben zu gefährlich als T1er. Viel zu gefährlich. Außer der T18. Ja. Nein, der Bild nicht. Dann hat er Pech gehabt. Ich bleib jetzt hier. Nicht mehr. Ich hau ab. Na. Das ist die richtige Richtung. Sehr schön. So, wo sind die ganzen Gegner? Ich schätze mal, die sind alle oben auf der 4er und warten da auf uns. Panzer 35. Not. Stop. Ich hab Panzer 2D, das sieht schlecht aus für dich. Ha, erwischt. Na, krieg ich meinen vierten Kill, wie ich es angedeutet hab? Vielleicht, der FCM wird von allem ignoriert. Ja, drachenklatschen könnt ihr übrigens jetzt mittlerweile sogar mit TS, also wer nicht weiß worum es geht, wir haben eine Guild Wars 2 Gilde, also Keks hat eine, weil ich bin ja kaum online, wenig Zeit, und wir haben mittlerweile dank dem lieben Hotaru auch ein TS, aber Näheres kann euch dein Keks in-game erzählen, beziehungsweise die Nachricht einfach schreiben. Ich hab sie gefunden. Und, ach Mensch, Spazi, komm her, du kannst ne Art hier haben. Ja, bin unterwegs, bin unterwegs, gleich da. Ich stell mich auch ein bisschen... Ja, tut mir leid, der T47 kann ich mich nicht entgegenstellen. Ich war zu langsam, aber das ist die Runde. So, das war's dann erstmal für heute. Ja, vielen Dank, dass er so zahlreich zugeschaut hat. Ja. Und so lange er dabei war. Tut mir leid, dass ich heute ein bisschen still war, aber ich weiß nicht, mir geht's heute schon den ganzen Tag nicht ganz so toll. Deswegen will ich jetzt auch gleich direkt ins Bett gehen. Gut, dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder, frisch und munter ausgeschlafen zu den amerikanischen Schlachtschiffen. und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ja, tschüss. 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 Bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.